Nein, dass du schon ein Liederschild hast. Wollte die mich gerade mit der, mit der Smokane? Wieso lebt denn die Wrave noch? Das war doof. Okay, gut. Treffen. Boah, der ist ja One-Shot. Endlich. Den haben wir jetzt aber richtig verfolgt hier. Nein, pack die Waffe aus. Ja, jetzt treffe ich auf einmal alles, oder was? Jetzt ist er da, der Aim. Jetzt sagt er mal kurz Hallo. Nice. Boah, wenn ich die jetzt gestuckte hätte, das wäre zu geil gewesen. Ich habe keine Nades mehr. Allein schon solche Fragen Streamer mit anderen Streamern zu vergleichen, finde ich nicht gut. Nicht in Team spielen. Drei. Hier sind nochmal Schildzählen, sehr gut. Komm. Was ist der andere jetzt eigentlich rausgecrittet? Geil, meine Nade hat mich selber extrem abgefuckt gerade. Nice. Ey, 16 Kills noch. Mann, das hätte fast eine 20er-Kil-Runde werden können. Schade, Mann, ey. Ja, das ist GG's wieder. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Doch, vielleicht. Ey, nice. Die Smoke hat die halt richtig gefickt gerade. Wie geil war das denn? Ich stelle mich einfach in die Smoke und mache alles mit meiner Wingman. Ey, ich dachte, das wäre jetzt GG's so, weil das drei Leute waren, ne? Ey, die haben sich gerade selber gekillt. 3200 Damage, neue Rekords für mich. Alter, und das Solo. Oh mein Gott, mir hat ein Kill gefehlt. Wichtig. Ach. Das war's. Botherin' me